Und da sind wir wieder und es geht ab nach Westfall gleich. Wir haben endlich weit von Elbe und gepackt. Wir haben so gut wie alle Quests gelöst. Wenn nicht so gut alle Quests, bin ich mir jetzt nicht gerade so sicher. Und jetzt können wir uns eine Kürcherei-Geselle auf 50. Perfekt. So, jetzt können wir nämlich bis 150 gehen. Sehr gut. Da habe ich mir überlegt, gehen wir nochmal vorher nach Stormwind und Leinstoff verkaufen. Wir sind mir nicht sicher, wie viel Leinstoffe kostet. Ach ja, zum Thema Add-ons. Ich würde sagen, ich würde gerne warten, bis ich ein Westfall bin. Und da lade ich dann die zwei Videos hier hoch und dann derzeit kann ich meine Add-ons draufladen. Und dann gut ist. Ich hatte aber keine großen Add-ons-Wangen. Ich werde keinen so Add-on machen, ich komme gerade nicht drauf. Na ja, ihr wisst schon. Add-on, äh, stopp. Oh, habe ich gerade nicht gestoppt? Hört mir gerade auch. Macht nichts, ich weiß, wann sie jetzt weiterging. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Zu früh, Leute. Jedenfalls, das Wort so bleibt hier unten. Wir machen noch ein Taschen-Add-on. Mach mal rein. Dann machen wir X-Pearl. Mach mal rein. X-Pearl ist mir wichtig. Ähm. Ja, das reicht mir auch erst mal, würde ich meinen. Oder? Ja, das reicht mir erst mal. Okay, wann kriegt man denn eigentlich hier so? Kältegegel friert zusätzlich zwei Sekunden lang ein. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir, das habe ich schon mal früh benutzt. Das kann so helfen, das glaubt man gar nicht. Ich freue mich schon, im Sommer werden wir wahrscheinlich eine andere Grafikkarte reinbauen. Meldet euch bei Leutnant Horatioleine auf Jansonshof in Westford. Was werden die wohl sein? Notler? Kaninchen! Ich mag Kaninchen! Weil so schnell bekomme ich schon keine Geschosse, was geht denn hier ab? Ah ja, Gegentauber! Ah, weg damit! Warte mal, haben die keinen automatischen Angriff mehr? Doch, ne. Das finde ich ja doof. Ah ne, da! Ich brauche ein Ziel! Ich finde es so witzig. Ich denke mal, ich habe irgendetwas gerade vergessen, aber ich hoffe mal nicht. So. Weiter geht's nach Westfall und jetzt betreten wir's! Westfall. Die Quests sind ganz, ganz cool. Die macht man schnell. Westfall ist umgeben von Obdachlosen. Seid gegrüßt. Für die Allianz. Hier machen sie gerade den Königsturm. Das haben sie noch ein bisschen verändert. Ehre dem König, Freund. Ich ehre den König jeden Tag. Äh, cool. Da haben wir noch gleich noch mal gleichzeitig noch fünf Teile. Mission Intelligenz. Was ist denn das? Seid vorsichtig. Was für die? Tatort Alarm. Oh Bot. So, was habe ich denn von? Ah ja. Es klappt bei mir nicht immer hundertprozentig. Ich hoffe, es klappt diesmal. Ja, ja. So, zwei Kupfer hingeben. Endlich eins. Dann müssen wir alle Leute hier ansprechen. Nicht alle. Noch vier Stück. So, jetzt noch. Da. Bei mir klappt es nicht immer. Bei meinem Kumpel klappt es jeden Tag. So, die gehen nochmal schnell tot. Jetzt kommen glaube ich Kinder. Und das finde ich ein bisschen zu böse. Tötet jemanden und die Kinder sammeln alles auf. Das finde ich ein bisschen fies. Ähm. Ha. So, jetzt nochmal. Gut. Und Hinweis vier. Da. Nehmen wir den oder den. Den oder den. Ah, der sieht mich netter aus. Ah ja. War ja klar. Uh. Jetzt muss ich auch noch. Oh, ich muss gießen. Ne, ich muss auch nicht. Doch. Doch. Hatschi. Wow. Wow. Ich bin erkältet. Es war jetzt eindeutig. Und ich kann auch nichts aufheben. Naja, aber jetzt haben die auch schon groß. Ah ja. Geht doch. Da wäre die Quest auch schon benzet. Boah. Hm. Geht's nur dreckig. Aber mit Let's Plays fühle ich mich schon mal besser. Auch die Hilfe. Ach ja. Hast du noch gar nicht erzählt? Ähm. Was die Questreihe sein soll. Die Bauer. Braunaube geworden. Die waren früher voll beliebt. Ganz schön eine Quest. Und das Pferd. Oh, wie hieß das? Jetzt ohne drauf zu gucken. Ähm. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß nicht mehr. Ich hab's gerade gelesen. Graumähne. Ach dann. Was kann ich für euch tun? Ich hab's immer früher. Graumähne ist Decke oder so. Das Licht segne euch. Wow. Erfolge. 50 Quests abgeschlossen. Das ist auch noch schon hier. Das gefällt mir. Das heißt Spur. Ja ja. Wir sind immer vorsichtig. Hinweis. Der Fl- Ah ja. Jetzt müssen... Ach. Jetzt müssen wir wieder Molochs. Molochs töten. Und vorher töten wir Knolle. Weil die lassen... Manche lassen ein... Oder einfach den Pichern oder... Ach. Ihr kennt ja die Drop-Chance. Es dann sowas fallen. So ein Hinweis. Und den müssen wir dann abgeben. Es geht eines der... Sehr schnell. Kommt halt drauf an wie grad... Wie man grad Glück hat mit nem Drop-Chance. Und... Ne. Ich denk mal der dritte wird sein. Das ist jetzt der zweite. So. Na los. So ist er. Na ja. Und jetzt der dritte. Ich will schon mal sagen. Der dritte wird sein. So. Ah. Ah. So. Nein. Der dritte ist es nicht. Aber geht's. Das wäre ja nichts. Und komm komm komm. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir nicht so viel Glück. Ich muss sagen. Die haben mir ganz schön wenig... Ganz schön viele Knolle aus Lambda getan. Nur waren so 3-4 Stück an einer... An einer Stelle. Naja. Die machen alles immer leichter. Ah. Da ist er. Erster Hinweis. Und komm. Komm. Bevor der Part zerende ist, kriegen wir noch den anderen Hinweis. So. Komm. Klatsch. 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 Arkanne Geschosse. Boah. So. Das ist das Fee. Klatsch. Oh ne. Jetzt kurz mich jetzt schon wieder an. Aber vielleicht haben wir noch mal dieses Ra. Da. Ähm. Manchmal läuft das so in 4-Romanzar. Genau. Und das ist selten. Muss ich auch noch drauf machen. Zu gucken. Mein solcher Ra. Mobstar sind. Das gefällt mir natürlich auch sehr. Wie sieht das aus? Oh das gefällt mir. Komm mal. Komm. 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 Oh es ist gleich 2. Die sind ja schon ein bisschen einfacher. Möchte ich meinen. Äh. Noch mehr? Boah. Was war denn das für eine Special? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ehm. Ich brauche ihn. Bäm. Stirb. Äh. Ja. Ah. Da haben wir es doch. Ah ne. Das war nicht der Hinweis. Das war was für eine Quest. Die wir wahrscheinlich nicht machen werden. Weil ich die fast nie mache. Ach na los. Ich spüre bevor der Part zu Ende ist. Alles klar. Komm. Du musst es einfach haben. Tut mir den Gefallen. Komm. Auch Menno. Sandkriech. Er kriecht jeden in den. So. Weiter geht's. Äh. Klatsch. 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 Und nochmal Klatsch. Ah. Genial. Machen wir schon langsam einen Schaden von 100. Och. Das kann doch nicht wahr sein. Nach dem werden wir erstmal Part Stop machen. Da. Da. Wir haben es. Okay. So. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Noo Minute сложно. Bye. 하